Also was mir sehr positiv aufgefallen ist, womit ich vorher nicht gerechnet habe, ist, dass kurz nach der Umsetzung schon so viel an Kunden gleich Anfragen kam. Damit hätte ich absolut nicht gerechnet. Wir haben neben den Kundenakquirierungen natürlich auch Personalakquirierungen. Dort haben wir in etwa acht Anfragen gehabt in kürzester Zeit. Mein Name ist Thorsten Dragohn, ich bin Geschäftsführer von der Kaminbau GmbH, vertreiben und montieren Kamine- und Schornsteintechnik. Die Herausforderung war natürlich für uns, neue Wege zu erschließen bzw. neue Wege in der Mark zu suchen, um Kunden zu akquirieren. Ich war auch in meinem Alter bei Facebook vertreten, sollte man zumindest sein, wenn man da ein bisschen auf dem Stand sein will. Und da fiel uns dann, oder fiel mir dann irgendwann mal die Werbung auf von A&M. Ja, habe ich mal Interesse halber angeklickt und dann ist es halt so zustande gekommen. Also das Gespräch mit dem Fachberater habe ich erstmal als sehr professionell an seiner Darstellung rübergebracht. Es hat mir gezeigt, dass man damit neue Wege gehen kann und das war auch der Grund, dass wir es dann gemacht haben. Also der Ablauf der Zusammenarbeit ist sehr professionell. Es wird stets und ständig auch mal nachgefragt, noch was zu tun, dass man was verändern kann. Insofern ist es also sehr vorbildlich, wenn man sagen kann, es ist nicht nur ein Geplänkel, sondern es steht auch was dahinter. Natürlich, wenn man neue Wege geht, ist man immer erstmal ein bisschen skeptisch, ob das so funktioniert. Aber ich sage mal, die Überzeugung kam sauber rüber, also wurde mir gut erklärt. Einzelne Schritte, dass wir auch Material in die Hände kriegen, um das nachher auch umzusetzen, ob das nachher mit Vorgaben sind, wie man auch die Kontakte dann, die man bekommt, umsetzen kann und akquirieren kann. Das hat mich dann schon überzeugt. Also insofern, die Kunden, die man da bekommt, sind eigentlich schon gezielte Kunden, die also nicht unbedingt... Wir haben viele Kunden, die einfach nur mal einen Katalog haben wollen und dann irgendwann mal, wenn sie überhaupt mal bauen wollen. Hier sind es Kunden, die wirklich gezielt schon gucken. Und das hat mich davon eigentlich überzeugt. Wenn er neue Wege sucht, um Kunden zu akquirieren, würde ich ihm schon auf jeden Fall A&M empfehlen. Sehr professionell, sehr dynamisch, ein junges Unternehmen mit sehr guten Mitarbeitern, die ich einfach nur weiterempfehlen kann.